Klassik Radio präsentiert The Armed Man, A Mass for Peace. Ein Konzert für den Frieden unter der Leitung vom Komponisten Sir Carl Jenkins. 2000 Chorsänger aus 27 Ländern, das renommierte World Orchestra for Peace und sechs riesige LED-Leinwände werden Sie begeistern. The Armed Man, ein Konzert für den Frieden, am 2. November in der Mercedes-Benz Arena in Berlin. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets über eventim.de oder reservix.de.